Yay, ich hab weiter gespielt ohne aufzunehmen. Na, fail, ziemlich. Aber es ist nicht viel passiert, ich wurde einmal gebissen. Ich bin in den Raum zurückgegangen. Ich hab hier den Small Key verwendet um 15 statt 50 Munition zu kriegen. Und ich hab einen Film bekommen. Also nicht viel passiert. Der Film war da, wo die vielen Zombies drin waren, wo ich auch die Shotgun-Class gekriegt hab. Die Hangar Bulls waren in dem Raum und der Film... Ja, fail. Ähm, ja. Derp. Wir sind auf Orange Caution. Das heißt, wir sollen uns mal heilen. Fuck, ey, das ist ein Dreck-Spiel. Ähm, ich hab keinen Plan. Ja, ich nehm nochmal eins mit. Ich hab hier so viele... Okay, also nicht viel passiert, nichts verpasst. Weiter geht's. Wo geh ich am besten hin? Äh, wo ist dieser Tresor? Boah. Am besten geh ich einfach auf diese eine Tür. Wo wir noch nicht... Ich glaub, einmal. Oder wenn überhaupt, einmal durch waren. Oh mein... Heute einfach nur richtig herb-derb. Ich bin... Ich krieg nichts auf der Kette. Ich kann nicht vernünftig sprechen. Mein Kurzzeitgedächtnis beträgt 20 Sekunden. Ja. Ja. Okay, was ist hier? Ach ja, genau. Und hier war noch mehr. Girl, also hätten wir die Shotgun doch behalten können. Das war auch der Grund, warum ich in diesen kacke Raum jetzt gegangen bin. Fail. Und hier? Ja. Toll Spiel. Toll Spiel. Und der hier ist nicht tot. 2, 2, 3, 6 war's. Ja. Sieben Stück. Und die Karte, die ist am wichtigsten. Und... Hier sind noch... Herbs. Oh, schon wieder auf... Ey, was... Einmal gebissen und direkt wieder auf Orange Caution. 2, Herbs. Ja, ich mach das so. Auch wenn ich's nicht will. Combine that shit. Und... So, jetzt soll ich wieder fallen sein? Ja. Was eine tolle Verwendung. So. Ich weiß nicht, woher die kommen. Und hier ist, glaub ich, auch noch mal ein Herb. Oder irgendwie Munition. Ja, Haken Bullets. Scheiße. Ich hab vergessen aufzunehmen. Wie fail ist das? Es ist zwar nicht viel passiert, aber... Nö. Unschön. Yay. Ein Key weniger. Und wir haben jetzt die Map, das... Und ich glaube, hier sind alle Türen eingezeichnet, die einen Schlüssel brauchen. Und... Oh, noch mal Herbs. Dankness. Ja. Wir haben es eh schon... Fast alle... Die Grünen... Was sind denn die Grünen? Sind das normal? Ne, kann nicht sein. Ein Key fehlt noch. Ein Key fehlt noch. Ich hab... Ich hab... Zwei Shotgun-Schüsse verschwendet für... Ne. Äh, doch. Für drei Zombies... Was ist hier? Für drei Zombies... Ich wurde einmal gebissen und für so einen... Drecksfilm, der mich ein Scheißdreck interessiert. Noch mehr. Dang. Nice. So, ich glaub, jetzt kann man ja auch was kombinieren. Grind that shit up. Ähm. Ja, hier oben geht's jetzt wieder zu dem Crane. Toshi, wo gehen wir als nächstes hin? Scheiße, das stört mich irgendwie. Einfach nur, dass... Unnötig, unnötig. Oh nein, sieht auch nicht gut hier aus. Oh mein Gott. Ich glaube, hier kommen wieder Zombies durch, oder? Hier kann ich... Oh, wir haben einen Fortschritt gemacht. It's locked. Klapp. Ich glaube, den kriege ich von... Oh, 14. Denknis. Ah, fuck. Ach, ich gehe einfach mal runter. Weil ich glaube, hier sind Hunde. Man muss einen Boss bekämpfen und man spielt als... Ada. Yep. Den Pooches. Ah, danke. Ah, ab hier wird es unschön. Sowas braucht man nicht. Ich... Bin da unnötig. Oh. Kein Platz mehr. Ich könnte noch was kombinieren. Ah, das ist... Ah, ähm... Scheiße. Ist hier noch was? Oder geht es hier nur weiter? Ah, hier sind noch mehr Hunde, glaube ich. Ja. Oh, Manhole. Manly Manhole. Ah, das macht einen unmotiviert, sowas. Taugt nix. Und ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ab hier wird es scheiße. Oberteil geht noch, aber ab hier... Ich bin froh... Oh, danke. Danke. Hm. Hm. Danke. Das brauchte ich. So. So. Das reicht. Ich glaube... Man... Man kämpft ja auch gegen den Boss. Ich weiß nicht genau, wo man... Da brauche ich auch alles für die Shotgun für. Oh, hier ist nix aus der Safe-Raum. Das ist schön zu wissen. Das heißt... Ah, kann ich mir merken. Weil man es hier nur runtergeklettert hat für den Safe-Raum. Ich glaube, ich hole mir das rote Kraut. Kletter noch mal runter und leg es noch mal ab. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, als ich gebissen werde. Ja. Hm. Was? Ich spiele nicht auf Mega-Hardcore-Hard. Ich spiele auf Verdammt-Normal-Normal. Ich kann nicht hüten, Kinder. Lasst mich in Ruhe. Äh, Danger. Ich war fein. Und von viermal gebissen bin ich auf Danger. Das ist sowas von nicht wert. Fuck! Wow. Wow. W- Nein! Ne- Das ist normal. Es ist nicht schwer. Pff. Lächerlich. W- Crazy 3 auf Hard ja einfacher. Fickt euch, ey. Das ist sowas von nicht wert. Von fein bin ich auf fein wieder. Und jetzt muss ich dann nochmal hoch. Boah, ich hab kein Bock mehr. Aber acht. Neun Minuten, ne? Das ist eigentlich nix. Scheiß drauf. Ja, mit den zwei Minuten wären es sogar elf. Grrr. Egal. Ich glaub, hier werde ich erstmal für heute. Dann weiß ich wenigstens morgen, oder wann noch immer ich zocken sollte, was ich machen muss. Mir wird wahrscheinlich einfallen, oh, da sind ja Hunde. Grrr. Uff. Dann muss ich hoch und dann an den vorbei. Und dann werde ich wieder gebissen. Dann bin ich auf Danger. Dann. Grrr. Fuck. Ja. Hm, da hab ich kein Bock drauf. Ah. Ich hab's hier schon... Drei, viermal an der Police Station vorbeigeschafft. Und dann... Warum diese Hunde? Warum? Okay, ich hab auch auf Easy gespielt meistens, aber trotzdem. Ach, nein. Nein, nein. Oder einfach eine Shotgun nehmen und denen das scheiß Gesicht wegballern. Uff. Ich guck erstmal noch einen Runden auf dem Merk. Hier bin ich. Ja. Ah. Ich kann ihn nicht hochscrollen, oder was? Hilfreich, danke. Ähm, dann geh ich da hoch. Dann waren da noch andere Türen. Ich bin ja nur diesen einen Weg schnell gerannt, weil er noch zwei andere Hunde waren, die wir wahrscheinlich auch töten werden. Break that shit, Leon. Und... Ah, ich hoffe, ich find einfach irgendeine Tür, wo ich meinen Schlüssel verwenden kann. Ich war hier irgendwann... Ah, das ist ein Kackspiel. Das ist ein Scheißspiel. Ich hoffe... Ich find irgendwelche Gute... In Munition, Shotgun zum Beispiel nochmal. 14 Stück hab ich jetzt gefunden. Das ist nicht schlecht. Da könnte ich dann theoretisch Pettypetpet machen, oder sind die alle weg, scheiß Hunde. Ach, komm mal. Drei... Drei Kräuter. 14... Oh, 28 Shotgun Shirts. Da könnte man mal überlegen, wenn man den Hunden nicht mal eine reinhauen soll, damit. Ach. Ja, egal. Ich... Das ist jetzt nicht mein Problem. Das wird ja das nächste Mal mein Problem sein. Ähm, ja. Haut rein. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht dein Problem.